Hi! In diesem Beitrag geht es um »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« von Hannah Arendt. Das hier ist der vierte und letzte Teil eines kleinen Exkurses über die politische Theoretikerin, die mit »Elemente und Ursprünge« ihre umfangreichste Schrift vorgelegt hat, vielfach ihr Hauptwerk genannt. Hier steht auch »Das Buch, das Hannah Arendt weltberühmt machte«. Es umfasst rund tausend Seiten in drei Teilen über Antisemitismus, Imperialismus und totale Herrschaft und kann in einem Beitrag wie diesem natürlich nur sehr oberflächlich behandelt werden. Im Anschluss an unsere Beschäftigung mit dem Buch »Vita Activa«, auch von Hannah Arendt, bilden die Tätigkeit des Handelns und die Bedeutung von Geschichten den Blickwinkel, aus dem wir nun zunächst die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft betrachten werden. Zum Schluss rücken dann die zentralen Thesen, die Arendt in dem Buch aufstellt, in den Fokus. Kurz zum Kontext. Hannah Arendt war eine deutsche Jüdin, die 1933 als Mittzwanzigerin nach Frankreich emigrierte, dort lange im Exil lebte und schließlich in die USA auswanderte. Nach dem Zweiten Weltkrieg unternahm sie eine umfangreiche Studie zu den Themen Nationalsozialismus und Stalinismus, und daraus hervorgegangen erschien 1951 ihr Werk »Origins of Totalitarianism«, zu Deutsch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Dieses Buch stellt den Versuch dar, schreibt Arendt, zu verstehen, was auf den ersten und auch auf den zweiten Blick ungeheuerlich erschien. Ihr Ziel war es, zu begreifen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, und zwar um die Last, die uns durch die Ereignisse auferlegt wurde, zu untersuchen und bewusst zu tragen, und dabei weder ihre Existenz zu leugnen, noch demütig sich ihrem Gewicht zu beugen, als habe alles, was einmal geschehen ist, nur so und nicht anders geschehen können. Begreifen bedeutet, sich aufmerksam und unvoreingenommen der Wirklichkeit, was auch immer sie ist oder war, zu stellen und entgegenzustellen. Die Zerstörung der Wirklichkeit, schreibt Arendt, sei eine ernstzunehmende Gefahr. Immer dann, wenn Weltanschauungen mit der Erzählung realitätsferner Narrative – also Fake News, Lügen – verwirklicht, zur Wirklichkeit erklärt werden. Das ist kein neues Phänomen, aber heutzutage in einem beispiellosen Maße möglich und gängige Praxis. Arendt erweist sich da als vorausschauende Kommentatorin. Den modernen Ideologien geht es immer darum, einen permanenten Sieg auf Kosten der Wirklichkeit selbst zu erringen. Die einen, könnte man sagen, zerstören die Würde des menschlichen Denkens, während die anderen versuchen, die Würde des handelnden Menschen und seiner geschichtlichen Realität zu vernichten. Weiter heißt es, in Bezug auf die mutwillige Missachtung und Manipulation von Tatsachen, das, was heute auf dem Spiel steht, ist die Existenz der Geschichte selbst, sofern sie verstanden und darum erinnert werden kann. Die Aufgabe, menschliches Leben zu stabilisieren und eine gewisse Objektivität zu gewährleisten, schreibt Arendt in Vita Activa den Weltdingen zu. Um das Buch Vita Activa und die darin besprochenen Tätigkeiten, also das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln, ging es ja bereits in vorherigen Beiträgen. Wir erinnern uns, so wie die Tätigkeiten des Herstellens Gegenstände, Güter, hervorbringen, so bringen die Tätigkeiten des Handelns Geschichten hervor. Diese Geschichten müssen jedoch verdinglicht, also zu Gegenständen gemacht werden, um irgendwie der Vergänglichkeit des Handelns und Sprechens zu entkommen und in der Welt bleiben zu können. In Kunstwerken sichtbar gemacht, im Gedächtnis der Generationen wieder und wieder nacherzählt und mit allen möglichen Materialien vergegenständlicht, schreibt Arendt. Die ganze Rückwand hier besteht aus solchen Gegenständen. Dr. Meike Weispflug bezeichnet das Erzählen bei Arendt als ein Mittel, sich durch narrative Konkretion Erfahrungen anzueignen und die Grenzen des Machbaren zu erkennen. Dichterisch denken heißt darum nach Arendt auch immer begrenzt denken. Damit habe Arendt sich als geistige Wegbereiterin des Anthropozän erwiesen. Das ist heute der Begriff für das Zeitalter der Menschheit. Mit dem Anthropozän ist die Ära aller Menschen auf Erden, vom ersten bis zum letzten Homo Sapiens, geochronologisch eingegrenzt. Ganz so, wie Geschichten das Leben einzelner Menschen erzählerisch eingrenzen. Auf solche Geschichten greift Arendt immer wieder gerne zurück. Auch auf Dichter wie Homer oder Schriftsteller wie Josef Konrads. Das ist eine Besonderheit in den Werken von Hannah Arendt, die auch in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zum Tragen kommt. Arendts »Denken ohne Geländer«, wie sie es mal genannt hat, stützt sich nicht nur auf philosophische oder politiktheoretische Texte, sondern ebenso auf literarische und poetische Narrationen. So hat es Gritt Straßenberger in ihrer Einführung zu Hannah Arendt mal formuliert. Arendt wertet also auf ihre eigene Weise Erzählungen zu Erfahrungen auf, die sowohl in der Bildung als auch Beurteilung politischer Gemeinschaften und Geschehnisse eine wichtige Rolle spielen können. Und so empfiehlt sie, zum tieferen Verständnis des Rassenwahns in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, Josef Konrads Erzählung »Herz der Finsternis«. Sie sei geeigneter, diesen Erfahrungshintergrund zu erhellen, als die einschlägige geschichtliche, politische oder ethnologische Literatur. Bei der Auswahl der SchriftstellerInnen, aus denen Arendt ihr literarisches Mosaik konstruiert, so hat es Julia Kristeva mal formuliert, da gehe es nicht um einen virtuosen Schreibstil. Arendt wähle die Autoren und Autorinnen aus, die in ihrer Fiktion historisches Handeln bezeugen und für ihre Zeitzeugen dessen verborgenen Sinn aufdecken. Und aus dieser Motivation heraus macht Arendt in »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« den Schriftsteller Josef Konrad zu einem Zeitzeugen des Imperialismus, der in »Herz der Finsternis« aus eigener Erfahrung von den grauenhaften Zuständen im Belgisch-Kongo der 1880er-Jahre erzählt. Mit »Imperialismus« ist das Bestreben von »Staaten« gemeint, über ihre eigenen Grenzen hinaus politischen bzw. wirtschaftlichen Einfluss nehmen zu wollen. Die Dynamik dieses Bestrebens trug zu dem Niedergang von »Nationalstaaten« bei. Das Aufkommen von »Rassismus und Imperialismus« im 19. und frühen 20. Jahrhundert behandelt Arendt im zweiten Teil, nachdem sie im ersten Teil die Entwicklung des Antisemitismus im 18. und 19. Jahrhundert behandelt hat. Es geht ihr, wie der Titel des Gesamtwerks schon sagt, um eine Analyse der ideengeschichtlichen Ursprünge von Phänomenen wie dem Nationalsozialismus, der ihr eigenes Leben so einschneidend geprägt hat. Der dritte Teil handelt schließlich von den »Formen totaler Herrschaft«. Arendts These lautet, dass die »Totale Herrschaft« mit der Zerstörung des politischen Lebens einhergeht. Dazu gibt es hier als wichtige Ergänzung einen eigenen Beitrag, der Arendts Politikverständnis noch mal genauer beleuchtet. Jedenfalls spielt die Entfremdung des einzelnen Menschen in der Massengesellschaft und Unterwirkung von Massenpropaganda eine zentrale Rolle in dieser Zerstörung. »Nationalsozialismus« und »Stalinismus« sind dabei für Arendt nur zwei historische Beispiele ihrer Zeit, für totalitäre, also jeden Lebensbereich betreffende Bewegungen. Sie vertritt aber die These, dass letztendlich jede Ideologie oder Weltanschauung durch eine entsprechende totalitäre Bewegung – etwa vermittels massiven Terrors – in eine neue Staatsform führen kann. Zum Stichwort »Ideologie« schreibt Arendt folgende kritische Bemerkung. »Es gibt keine Ideologie, die nicht im Erfolg ihren Höchsten, ja eigentlich ihren einzigen Maßstab erblickt. Wer behauptet, jegliche Wirklichkeit und jedes Ereignis aus einer einzigen Grundvoraussetzung ableiten und vorhersagen zu können, kann gar nicht anders als seine Meinung dauernd dem sich gerade Ereignenden anzupassen. Man kann nicht gut von Leuten Zuverlässigkeit erwarten, die berufsmäßig jede einmal gegebene Realität und eingetretene Tatsache ideologisch rechtfertigen müssen.« Zum Abschluss kurz nachgehakt, was sind überhaupt Ideologien? Kann ja nicht schaden, Kernbegriffe mal zu hinterfragen. Eine Ideologie ist eine Weltanschauung, die ihren Blick auf bestimmte Aspekte des Lebens versteift und meint, in diesen Aspekten die Antworten auf alle wichtigen Fragen des Lebens zu finden. Nun hängen gängige Ideologien meist mit ganz großen Begriffen zusammen, die oft viele, manchmal verschiedene Bedeutungsebenen haben. Daher sind folgende Beispiele auch als ganz grobe Vereinfachungen zu verstehen. Ideologien sind etwa »Anarchismus, die Weltanschauung mit dem Ziel einer hierarchielosen Gesellschaft.« »Schauvinismus, die Überzeugung von der Überlegenheit der eigenen Gruppe.« »Oder Patriotismus, das starke Gefühl einer Zugehörigkeit zur Heimatnation.« Wie steht der Patriotismus zum Klimawandel? Kein Kommentar, nicht sein Thema. Was hat der Anarchismus zu Ernährungsfragen zu sagen? Eigentlich nichts. Auf alles außerhalb ihres Blickfeldes, das ja auf bestimmte Aspekte des Lebens gerichtet ist, haben Ideologien keine Antworten parat. Da wird der menschengemachte Klimawandel lieber geleugnet, als den eigenen Weltblick zu weiten. Daher Arendts kritische Bemerkung bezüglich »ideologisch allzu ambitionierter Leute«. Stattdessen gilt es also, den eigenen Blick nicht ideologisch zu verengen, sondern nach Möglichkeit immer die Gesamtheit, die Pluralität, die Vielfalt des Lebens zu berücksichtigen. So hat zwar auch jede Einzelwissenschaft ihr Fachgebiet, sollte jedoch stets bereit sein, falsche Hypothesen fallen zu lassen, auch wenn der Impuls dazu aus anderen Wissenschaften kommt. Und so muss auch die Philosophie, ob nun als Wissenschaft anerkannt oder nicht, darauf eingerichtet sein, dass neues Wissen alte Ideen zum Einsturz bringen kann. Genau das ist im 16. und 17. Jahrhundert passiert, in der Neuzeit, um die es demnächst gehen soll. Doch vorweg klären wir noch eine ganz grundsätzliche Frage. Was ist überhaupt Wissen? Und wie können wir es erlangen? Darum geht's im nächsten Beitrag über Empirismus, Rationalismus und Skeptizismus. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!